Hallo zusammen, zur Zeit ist ein Tool in aller Munde namens Builderall. Builderall soll das Schweizer Messer für alle Marketingleute sein. Wenn du eine Webseite hast, einen Shop bauen möchtest, einen Mitgliederbereich, also irgendwie im Internet etwas machen möchtest, dann wirst du früher oder später über Builderall stolpern. Zeit also, sich um Builderall zu kümmern und zu schauen, was ist Builderall. In meiner Builderall-Review zeige ich dir, was Builderall ist, was man damit machen kann und wie man damit sogar Geld verdienen kann. Und da es eine Menge zu erzählen gibt, habe ich diese Review in vier Teile aufgegliedert. Teil 1, ich gebe dir einen Überblick, was ist Builderall, was ist Builderall Business, was kann man damit machen und wie ist die grobe Preisstruktur. Teil 2, wir schauen uns dann im Detail an, was es für Applikationen in Builderall gibt, also den Website Creator, Shops aufbauen, Mitgliederbereiche und all diese Dinge. Die werden wir uns im Detail anschauen und auch prüfen, ob die einzelnen Tools Sinn machen oder nicht. Teil 3, hier gehen wir dann auf Builderall Business ein. Es bietet viele zusätzliche Anreize und welche das sind, wirst du dann gleich erfahren. Und im vierten und letzten Teil kommt es dann zum Fazit, was sind meine Erfahrungen, macht das ganze Tool Sinn, wie sind die Preise im Detail, wie sehen auch die Einzelpreise, wenn ich Einzelsoftware-Lösungen kaufe, im Vergleich zu Builderall aus, wo sind die Vorteile und Nachteile, gibt es Alternativen. Also das große allumfassende Fazit. Und da wir eine Menge zu tun haben, würde ich sagen, wir starten gleich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, du suchst nach neuen Marketing-Werkzeugen, also zum Beispiel ein Programm zur Erstellung von Websites oder von Verkaufsseiten oder du möchtest einen Verkaufskanal, ein Sales Funnel erstellen oder du möchtest dein E-Mail-Marketing aufbauen oder du suchst ein Tool für Webinare oder zur Erstellung eines geschützten Mitgliederbereichs, vielleicht auch eines Shops oder möchtest du deinen Kunden Schulungsvideos erstellen oder eine ganze E-Learning-Plattform aufbauen. In all diesen Fällen, schau dir Builderall kennenlernen an. Hier habe ich alles zusammengefasst und du siehst einmal im Überblick, was dieses Tool kann. Du wirst überrascht sein. Oder zweitens, du möchtest dein Online-Business aufbauen, online Geld verdienen und suchst jetzt nach einer leistungsstarken Möglichkeit, nach einem guten Produkt, das du gutem Herzens dann auch vermarkten und empfehlen kannst. Und eines kann ich schon jetzt verraten, das Verkaufssystem ist extrem durchdacht und kann in der Tat monatliches Einkommen einspielen. Geht das über Nacht? Sicherlich nicht. Wie immer im Leben gibt es ohne Fleiß auch hier keinen Preis. Aber keine Sorge, das Builderall-Team hilft dir mit dutzenden kostenlosen Schulungsvideos, wie du das Programm optimal vermarkten kannst und dann auch das Beste aus dem System für dich selbst herausholen kannst. Denn natürlich brauchst du das System nicht nur vermarkten, sondern kannst es auch für dein Marketing nützen. Alles meines Erachtens sehr beeindruckend. Ich hoffe, dieser ganz kleine Trailer hat dir geholfen, schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen. Was ist Builderall und was ist Builderall Business? Und wenn du dieses Video auf meinem Blog gesehen hast, dann siehst du jetzt auch die Komplettbeschreibung. Ich stelle hier alles im Detail vor. Wenn du dieses Video woanders gesehen hast, dann schau in der Beschreibung nach oder geh auf www.builderall-deutsch.info, um die komplette Serie, meine komplette Review zu finden. In diesem Sinne, weiter geht's. Wenn dir das Video gefallen hat und du sagst, Bilderall könnte für mich oder für meine Kunden ein spannendes Produkt sein, dann geh auf www.builderallbox.de und hier findest du alle Infos, die du brauchst. Wenn du das Programm testest, dann achte beim Anmelden darauf, dass oben in der Kopfzeile Marco Linke oder Builderall Box steht. In diesem Fall kommst du dann tatsächlich in mein Team und hier kriegst du meine Trainings, mein Coaching, die dir dann den Einstieg mit Builderall deutlich erleichtern. In dem Sinne, wir sehen uns.